Ich befinde mich im Zentrum des Sony Centers am Potsdamer Platz in Berlin. Ich nehme den Ton zu Hause auf, weil es dort viel ruhiger ist. Im Sony Center ist immer sehr viel los, wie ihr seht. Deshalb erspare ich euch lieber den ganzen Lärm. Hier gibt es ein großes Kino und Cafés. Mir gefällt das Dach, weil es viel Sonnenlicht herein lässt.